Hello Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. In diesem Video wollte ich mal ein bisschen mehr darauf eingehen, wie mein Online-Studium so abläuft. Viele fragen mich ja immer auf Instagram, wie das Ganze dann so ist, ob ich nur online habe oder auch in Präsenz, wie ich die Klausuren dann schreibe und so weiter. Also das ist super, scheint ein super interessantes Thema für viele von euch, kann ich auch voll verstehen. Und genau, ich dachte, ich gehe in diesem Video ganz easy mal darauf ein, beantworte euch nicht ein paar Fragen, sondern ich gehe einfach mal generell darauf ein, so ein kleines Video, dann zeige ich euch auch mal ein bisschen, wie ich mit meinem iPad und MacBook so für die Schule, äh, für die Uni lerne. Aber ich dachte, ich starte den Vlog jetzt einfach, weil ich schreibe jetzt gleich eine Klausur um 14 Uhr. Ich habe die heute auf 14 Uhr gelegt, es war kein früherer Termin, leider frei. Und ja, ich schreibe sie genau hier an diesem Tisch. So, wir haben jetzt 16 Uhr und ich habe die Klausur gerade geschrieben, habe gerade was noch gegessen und fahre jetzt ins Gym. Ich wollte euch ganz kurz mal mein Klausuren-Setup zeigen. Es ist jetzt nicht mehr ganz vollständig, weil die Klausur ist ja schon vorbei. Auf jeden Fall sitze ich bei der anderen Klausur immer hier am Tisch. Und hier steht dann mein Laptop, auf dem mache ich die Klausur. Das iPad ist natürlich nicht da und ja, da ist noch ein Glas Wasser. Und genau, hinter mir steht dann ein Stativ. Das ist jetzt auch nicht mehr da, aber das stand da gerade. Das steht ungefähr hier und sieht dann nämlich aus dieser Perspektive. Das habe ich diesmal mit dem Handy gemacht. Letzte Klausur hatte ich das iPad da hinten an die Wand gestellt. Da hatte ich nämlich das Stativ noch nicht. Jetzt habe ich es mit dem Handy einfach gemacht. Mein Handy in den Call genommen und quasi vom Handy aus dann den Laptop und mich halt gefilmt. Also ihr könnt bei der Online-Klausur auch nicht spicken, weil ihr, also der Proktor sieht euch quasi von, also der sieht euer Gesicht. Der sieht halt, wie ihr hier sitzt. Also der guckt quasi aus der Perspektive. Und sieht quasi, was ihr unterm Tisch auch macht. Also ob ihr jetzt eure Hände irgendwie unterm Tisch benutzt oder sowas, um einen Zettel oder sowas aufzufalten. Das geht nicht. Und genau, ihr habt ja auch euren Bildschirm freigegeben. Also der sieht auch, was ihr auf eurem Bildschirm macht, damit er auch sehen kann, dass ihr alle Benachrichtigungen und alles ausgeschaltet habt und alle im Hintergrund laufenden Aktionen quasi beendet. Also das muss man immer vor der Klausur dem zeigen, immer Bildschirm teilen. Da muss man zeigen, wie man alle Sachen ausstellt, alle Hintergrundaktivitäten und so weiter schließt, damit halt nicht gespickt werden kann. So und der hat die ganze Klausur über Zugriff auf euren Laptop, beziehungsweise euren Display, euren Display, so und kann halt sehen, was ihr macht. Und was ihr auch schreibt in der Klausur, kann der auch sehen. Man fühlt sich schon ein bisschen beobachtet. Ich weiß nicht, ob der die ganze Zeit so genau zuguckt, aber auf jeden Fall ist es halt deren Sicherheitsmaßnahme. Und dann muss man vor der Klausur ja auch noch seinen Ausweis in die Kamera halten und so eine Sicherheitsfrage eingeben, dass man das halt wirklich ist und so weiter. Man muss auch seinen Namen sagen und das Fach, für das man die Klausur schreibt und so alles bestätigen. Und man muss einmal mit dem Handy zum Beispiel jetzt, was hier auf dem, also was die externe Webcam sozusagen ist, einmal den kompletten Raum rundum filmen. Das wird aufgenommen, also das ganze Ding wird aufgezeichnet, damit man nachher noch nachverfolgen kann, ob es vielleicht zu einem Fälschungsergebnis oder Versuch, ja, ob es irgendwie dazu gekommen ist. Genau, also es wird alles aufgenommen. Auf jeden Fall habe ich die Klausur abgegeben. Ich fand sie sehr schwer. Ich habe zwar sehr viel gelernt, aber trotzdem muss ich echt oft raten, weil ich sehr viele Sachen, die halt gefragt wurden, irgendwie trotzdem nicht in meinen Lernzetteln drin hatte leider, weil das Skript ist halt sehr umfangreich. Das sind halt 100 Seiten oder mehr oder so. Und ich schreibe halt immer nur das raus, was ich persönlich am wichtigsten finde. Und manchmal kommen halt dann auch Sachen dran, die man nicht so gut, ja, die man nicht im Kopf hatte, weil man die halt nicht auf seine Lernzettel geschrieben hat. Das ist mein Outfit, ja, für den Leg Day. Das ist der Teveo Timeless Scrunch BH in schwarz und die True Shorts in dunkelgrün. Sehr nice Farbe. Ihr könnt es jetzt gerade nicht so gut sehen, hier ist es ein bisschen dunkel. Und genau, Air Force habe ich heute auch nicht. Ich ziehe meine Schuhe eh bei den wichtigen Übungen aus. Also bei Kreuzheben oder so, da mache ich auf Socken. Deswegen ist es egal, ob die jetzt Sohle haben oder nicht. Und ja, ich habe hier alles dunkel gemacht im Wohnzimmer. Nicht, dass ihr euch gewundert, weil es unnormal heiß draußen ist. Also wir haben, glaube ich, 30 Grad gerade. Guten Morgen, Leute. Ich habe mir gerade Frühstück gemacht. Heute wieder eine Quark Bowl. Ich habe jetzt fertig aufgegessen und bzw. gefrühstückt erst mal. Und ja, mache mich jetzt einmal fertig, damit ich nicht mehr so lost aussehe. Ich habe irgendwie das Gefühl momentan, also ich habe mir letztens in meinem Insta-Story-Archiv meine alten Insta-Stories angeguckt. 2020, glaube ich, ungefähr. Und da war ja auch so meine Vlogging-Zeit. Also ich habe da noch viel mehr gevloggt als jetzt. Also ich vlogge jetzt eigentlich ja auch nur noch. Aber es war halt einfach krasser so, die YouTube-Zeit. Da haben auch noch so viele YouTube gemacht und geguckt. Und mittlerweile gucken halt nicht mehr so viele Leute YouTube, habe ich das Gefühl. Was halt nicht so motivierend ist, sage ich mal. Wenn, wenn, ähm, damals, weiß ich nicht, waren alle aktiver irgendwie auf YouTube. Und jetzt mittlerweile ist es nicht mehr so krass. Und ich muss echt sagen, ich vergleiche mich schon sehr oft so mit meinem alten Ich. Also eigentlich vergleiche man sich ja mit seinem alten Ich und cringet sich. Aber in dem Fall finde ich mich irgendwie 2020 irgendwie nicer als jetzt. Aber irgendwie sehe ich da auch noch so anders aus, habe ich das Gefühl. Obwohl ich auch nichts an meinem Aussehen verändert habe. Und was mir aufgefallen ist, Leute, ich hatte damals, als ich Insta-Stories gemacht habe, immer, immer ein Face-Filter drauf. Also ich habe nicht eine Story mich getraut, ohne Filter hochzuladen. Mittlerweile ist das mit den Filtern auf Instagram echt so krass zurückgegangen. Ich habe das Gefühl, ich folge kaum, ich folge eigentlich keinen mehr, der Face-Filter benutzt. Ich habe jetzt schon das Reel gedreht und geschnitten. Ich habe schon die Wäsche gefaltet, die fertig war. Die war noch unten, die habe ich hochholt. Ich glaube, ich lasse mein Outfit auch jetzt einfach so an. Ähm, ich wollte nämlich jetzt gleich einmal kurz einkaufen fahren. Also ich muss nichts besonders einkaufen, nur Wasser. Ich habe gerade, ähm, Vorlesungen in Soziologie. Und wir reden gerade über, ähm, Gender. Also auch über solche Sachen wie, ähm, Nagellack tragen, Röcke tragen, äh, so reiten, Pferdreiten und sowas. Was das, wie sich das gewandelt hat über die Zeit. Weil es manche ja eher Frauen machen und es eher als weiblich und das eine eher als männlich angesehen wird. Genau. Und ich habe gerade einen Zitronenkuchen im Ofen. Ich habe nämlich extra Backmischung gekauft für einen Zitronenkuchen, weil ich hatte so Lust auf Zitronenkuchen. Ist jetzt kein gesunder oder so oder kein proteinreicher, sondern ganz normale Zitronenbackmischung. Aber die habe ich gerade im Ofen und der Kuchen sollte dann auch gleich fertig sein. Ich freue mich mega auf den Zitronenkuchen. Wir haben uns später noch verabredet mit zwei Freunden, also mit einem Couple, mit denen wir auch öfter was machen. Und, ähm, ja, wir gehen später noch schwimmen ins Freibad. Freunde, schaut euch bitte diesen Prachtkuchen an. Wow, das sieht so toll aus. Ich habe da so ein Must, extra so ein Must da reingemacht mit der Gabel in den Zuckerguss. Und die Streusel sind so schön bunt. Ich freue mich so sehr, das später zu essen. So, wir gehen dann gleich schwimmen. Und deswegen mache ich mir jetzt doch einen hohen Zopf einfach. Ich mache immer meinen hohen Zopf mit diesem Haarkleber. Genau dazu passend das Haarspray. Das ist wirklich nice. Das ist zwar alles relativ teuer, finde ich, aber das hält halt auch, was es verspricht. Und dann benutze ich hier diese Bürste. Die habe ich bei, die habe ich im Internet irgendwo bestellt damals. Die ist auch richtig klebrig, weil ich da immer das Gel in den Händen habe. Aber mit der kriegt ihr das so richtig schön glatt alles. Ich nehme jetzt hier so ein bisschen Kleber. Und dann gehe ich immer über Kopf. Guck mal, ihr seht schon direkt, dass es so krass klebt. So, dann habe ich hier jetzt noch die Seiten und hinten, wo kein Kleber eigentlich ist. Deswegen nehme ich dann noch mehr. Hier richtig schön rein, damit die ganzen Babyhaare auch hochgehen. So, jetzt ist alles schon relativ stramm, wie ihr seht. Dann gehe ich jetzt mit Haarspray überall drauf. Und dann hält das bei mir meistens noch nicht so richtig gut. Deswegen nehme ich dann noch so ein dünnes Haargummi und mache das auch nochmal drum. Also das ist jetzt der Zopf. Wenn ihr jetzt noch so Hügel habt, dann gehe ich nochmal mit der Bürste so drüber. Ziehe es nochmal ein bisschen fester. Und so mache ich dann meinen Zopf. So sieht der aus. So Leute, ich habe mir gerade eine Dose Thunfisch reingepfiffen mit Balsamico. Und jetzt gibt es noch 250 Gramm Magerquark. So meine Süßen, ich hatte gerade Vorlesung und bin jetzt ready. Und muss heute eben noch ein bisschen was für die Uni machen und ein bisschen lernen. Und ich dachte, ich zeige euch jetzt einfach mal so, wie ich meine Uni-Sachen mache. Gerade im Online-Studium braucht man ja ein bisschen bessere technische Ausstattung dafür. Und ihr wisst ja schon, dass ich ein absoluter Apple-Fan bin. Schon seit Jahren. Also ich weiß gar nicht, wie wann. Ich habe ja alles von Apple, weil ich liebe einfach Apple. Das ganze Betriebssystem, weil alles so miteinander verknüpft ist. Und ich von jedem Gerät aus alles so bedienen und steuern kann. Ich liebe das einfach. Und ihr wisst ja, dass ich schon damals mir ein iPad gekauft habe. Ich wollte generell mal auf das ganze Thema eingehen. Ja, wie ich im Online-Studium jetzt lerne. Und was ich für Dinge benutze dafür. Viele fragen mich auch immer, wie ich meine Lernzettel gestalte. Weil ich dachte, das bringe ich in diesen Vlog einfach mal mit ein. iPad schon länger habe. Ich hatte damals in der Schulzeit das iPad Air. Das habe ich mir Anfang der 11. Klasse geholt. Genau. Dann habe ich mir zu Beginn meines letzten Studiums das iPad Pro gekauft. Und da ich quasi dann ja auf dem iPad mitschreibe und die Lernzettel mache und so, habe ich dann mein MacBook vorne stehen. Das ist mein MacBook. Das ist der MacBook Air M2. Ich habe den jetzt in diesem richtig schönen Silber. Und da im Oktober jetzt auch das neue Semester anfängt und ich glaube, dass sehr viele von euch auch anfangen werden zu studieren, habe ich ein kleines Special für euch. Und zwar hat Apple ja ein Back-to-School-Offer. Das bedeutet, dass ihr jetzt bis zum 26. September einfach eine Geschenkekarte als Studierender im Wert von bis zu 150 Euro bekommt. Ihr kriegt noch 20% auf Apple Care Plus dazu, was richtig nice ist, weil wenn euren Geräten irgendwas passiert, seid ihr auf jeden Fall abgesichert. Und somit könnt ihr halt auf dem neuen MacBook Air M2 zum Beispiel sparen oder aufs iPad, je nachdem, wofür ihr euch entscheiden werdet. Und ihr könnt auch noch Apple Music und Apple TV Plus einfach für einen Monat kostenlos testen. Und danach könnt ihr es mit einem Studentenrabatt abschließen. Also ist auch ein bisschen billiger, wenn ihr dann das Abo abschließen wollt für 5,99 Euro im Monat. Ich benutze ihn ja wirklich für alles. Also ich schneide hier auch meine Videos drauf und das funktioniert auch mega gut. Hier ist zum Beispiel jetzt mein letztes Video noch in der Timeline. Und ihr wisst ja, dass ich als YouTuber zum Beispiel dann immer richtig viel Speicherwerk habe. Das könnt ihr auch hier richtig easy regeln. Und zwar könnt ihr euren ganzen Speicher hier über die Festplatte aufrufen und genau aussortieren. Hier geht ihr auf Dokumente und dann zum Beispiel könnt ihr auf Dateiübersicht gehen. Hier kann man dann zum Beispiel genau sehen, worin der meiste Speicher belegt wird. Das hat mir damals immer unnormal geholfen, weil ich immer so vollen Speicher hatte durch meine ganzen Videos. Und jetzt habe ich hier zum Beispiel, wenn ich jetzt Final Cut mal schließe, dann hier die Datei von Final Cut. Die kann ich in den Papierkorb legen. Ich brauche jetzt nämlich auch nichts mehr daraus. Und leere den Papierkorb dann. Und dann wird es gelöscht. Und dann seht ihr, habe ich meinen Speicher einfach extrem leergeräumt. Total schnell. Das geht super schnell. Ihr habt so eine krasse Übersicht hier drüber. Genauso für mein Studium. Ich rufe jetzt mal kurz meine Uni-Seite auf. Hier habe ich dann zum Beispiel meine Skripte und die kann ich mir hier einfach runterladen. So könntet ihr theoretisch quasi mit dem iPad gleichzeitig auch arbeiten, indem ihr halt MacBook und iPad verbindet. Apple hat auch mittlerweile richtig krasse Funktionen mit der Drag-and-Drop-Funktion, dass ihr quasi Sachen hier kopiert und da dann einfügen könnt. Das ist der Grund, weil es alles in derselben iCloud ist. Also ich schreibe hier was auf dem iPad. Das kopiere ich nun hier auf dem MacBook, schreibe ich das, kopiere das hier und füge das hier einfach ein. Und das ist dann jetzt hier auch auf dem iPad. Also es ist so praktisch, Leute. Dann seht ihr zum Beispiel hier auch auf dem MacBook, dass ich jetzt gerade auf dem iPad GoodNotes geöffnet habe. Aber so habe ich auch meine ganzen Lernzettel auf dem MacBook, weil ich hier halt auch genau dieselben Sachen habe wie auf dem iPad. Wenn ihr jetzt hier in dem Skript seid und ihr wollt irgendwas ganz schnell wissen, könnt ihr hier Lernzeile und Command drücken. Dann öffnet sich die Spotlight-Suche. Und dann könnt ihr da zum Beispiel irgendwas eingeben wie Forschungsmethoden. Und dann googelt das quasi ganz schnell für euch. Und so habt ihr dann direkt eine Google-Suche offen zu dem Thema, was ihr wissen wollt. Ich mache meine ganzen Lernzettel auf dem iPad mit der App GoodNotes. Und das mache ich schon seit der Schule. Das ist einfach die beste App, die ihr dafür benutzen könnt, meiner Meinung nach. Und ich kriege immer super viele Fragen von euch, wie ich das mit dem Splitscreen mache. Und das zeige ich euch mal ganz kurz. Also ich habe hier das Skript quasi offen. Und hier oben habe ich ja meine anderen Tabs quasi. Die schließe ich jetzt mal ganz kurz, damit ihr nur das Skript hier habt. Dann geht ihr quasi in die Lektion, die ihr braucht. Jetzt hier in dem Fall Lektion 1. Und dann ist es ja immer nervig, zwischen den beiden Sachen zu switchen, damit man halt gleichzeitig schreiben und lesen kann. Und deswegen ziehe ich einfach von hier oben den Tab hier in den Splitscreen rein. So könnt ihr das noch anpassen, welches ihr größer haben wollt oder kleiner. Ich mache es immer so auf die Mitte. Dann könnt ihr hier quasi gleichzeitig lesen und hier gleichzeitig schreiben. Das ist wirklich unglaublich praktisch. Ja, so funktioniert der Splitscreen. Das funktioniert auch mit Google. Zum Beispiel könnt ihr das jetzt so machen. Also ich habe jetzt hier GoodNotes offen und das habe ich jetzt für Biologie immer richtig gerne gemacht. Wenn ich jetzt irgendwas im Internet googeln musste zu irgendwelchen Methoden oder so, dann habe ich hier einfach unten das hier einfach hochgezogen. Das geht so easy. Und dann zieht ihr einfach das Safari-Symbol oder von eurem Browser halt auch in den Splitscreen. Dann habt ihr hier halt die Sachen offen, die ihr wissen wollt oder so. Und könnt es hier ganz einfach auch hinschreiben. Ich wollte euch zum Beispiel zeigen, dass ihr hier auch ein Bild kopieren könnt und das einfach hier reinfügen könnt. Einfach rüberziehen. Das ist so praktisch, Leute. Also besser geht es ja gar nicht. Dann habt ihr einfach die Abbildung in eurem GoodNotes mit drin. Und welche Funktion ich auch extrem geil finde, ist hier der Focus. Den kennt ihr ja wahrscheinlich schon alle. Aber der ist so nice. Ich habe ja alle Geräte miteinander verbunden. Und so könnt ihr hier quasi einfach euren Focus einrichten. Ich habe hier mehrere. Ich mache immer Schlafen an, wenn ich schlafen gehe. Nicht stören, wenn ich einfach keine Nachrichten bekommen will. MeTime, wenn ich zum Beispiel ins Gym gehe. Dann habe ich nur bestimmte Nachrichten angestellt. Das ist so geil, weil dann habt ihr quasi nur... Ihr könnt genau auswählen, wer euch anrufen darf und wen ihr halt nicht haben wollt in der Zeit. Ich mache jetzt zum Beispiel Nicht stören hier auf dem iPad an. Und ihr seht, dass es direkt auch auf dem Handy angeht und hier oben auf dem MacBook. Das heißt, wenn ich das jetzt hier auch wieder ausstelle, geht es hier auch wieder weg. Und hier wird es direkt angezeigt, dass es auch ausgeschaltet ist. Das heißt, wenn ich lerne, ich mache auf dem iPad nicht stören an und direkt alles ist stumm und ich bin total auf mich selbst fokussiert. Und wenn ihr hier auf Apple Pencil in Einstellungen geht, gibt es die Funktion mit dem Doppeltippen. Das switcht dann zum Beispiel zwischen Radiergummi und Textmarker oder sowas. Das kann man hier einstellen. Dann habe ich das zum Beispiel ausgestellt, weil ich es persönlich nicht brauche. Aber hier gibt es die Funktion Kritzeln. Ich mache die mal ganz kurz für euch an. Wenn ihr jetzt in GoodNotes seid und ihr habt ja ein Textfeld, dann könnt ihr ganz einfach hier was hinkritzeln. Und dann formt das iPad quasi eure Schrift um. Und ich benutze immer die Schriftart Chartboard SE. Ich werde immer sehr oft gefragt, wie ich die Lernzettel gestalte, ob ich das handschreibe oder ob ich das tippe. Ich tippe eigentlich alles, weil es super anstrengend ist, alles mit der Hand zu schreiben. Weil tippen geht einfach schneller. Und wie ihr hier seht, das ist natürlich nicht meine Handschrift, sondern ich tippe das einfach ein und mache es dann in diese Chartboard-Schriftart, damit es einfach geschrieben aussieht und es einfach mehr den Effekt hat von selbst geschrieben. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was darüber erzählen und zeigen, dass ein paar mehr Fragen jetzt geklärt sind zu meinem, wie ich mich organisiere, meinem Online-Studium und so weiter. Also mit iPad und MacBook kann man echt alles machen und es ist wirklich unnormal easy. So, ich habe jetzt gerade noch Storys abgefilmt für Teweo, denn morgen ist ein Geburtstags-Special, wo es 20% gibt. Und da habe ich gerade Storys für abgefilmt und bearbeitet. Das hat jetzt auch wieder ein bisschen gedauert und jetzt werde ich mich mal wirklich ans Lernen setzen. Heute kommt noch ein Paket an. Ich habe nämlich eine Tasche bestellt, eine neue bei Mango. Ich hoffe, die kommt später, dann kann ich euch die zeigen. Ich freue mich voll auf die. Ich hoffe, die ist gut und groß. Und ich habe die bei Maya Reh in der Story gesehen und habe die direkt über ihren Link direkt gekauft, weil ich so lange schon nach einer so Tasche gesucht habe, die gute Qualität hat und eigentlich einen guten Preis hat für das, was sie halt hält und verspricht. So Leute, ich habe das Video jetzt, was ich hier gerade drehe, bis zum jetzigen Spot fertig geschnitten. So richtig gelernt habe ich immer noch nicht. Ich habe mir eine Lektion angehört. Ich wollte aber erst mal das Video schneiden und es kam meine Tasche an. Die wollte ich euch ganz kurz zeigen. Ich habe die selber noch nicht geöffnet. Die habe ich bei Mango bestellt. So sieht die aus. Ich habe die bei Maya, wie gesagt, in der Story gesehen. Die gab es einmal in weiß oder in so einem Cremefarben und ich habe die mir jetzt in schwarz bestellt, weil ich eine All-Time-Tasche einfach haben wollte. Und das ist halt so eine Shopper-Tasche. Also die, da muss Hauptsache viel reinpassen. Genau, die suche ich ja jetzt als quasi Ersatz oder als neue Tasche für meine alte. Das ist die. Die hat eine ein bisschen andere Form. Die hat halt einen dicken Henkel, den man auch einstehen kann. Die hat hier oben einen Knopf und innen drin hat die halt zwei große Fächer. Und in der Mitte ist ein Reißverschlussfach hier, wo man so Wertsachen oder so da reintun kann. Ja, das ist ja meine alte Tasche. Die habe ich wirklich jetzt schon seit sehr vielen Jahren. Die hat mich mit der ganzen Oberschule von Zeit begleitet. Die ist von H&M, kostet 40 oder hat 40 Euro, kostet ich glaube, die gibt es nicht mehr. Also die habe ich wirklich seit 2017 oder 2018. Ich zeige euch nochmal hier, so groß ist die. Das geht eigentlich klar. Also die ist jetzt nicht größer als die andere und sieht eigentlich auch ganz cool aus. Da muss halt viel reinpassen, weil es fürs Gym und fürs Weggehen und so, wenn man jetzt shoppen geht und man braucht Wasser und dann tut man die ganzen Klamotten da rein. Das ist ja eigentlich ganz nice. Und die hat 45 Euro gekostet für alle, die es interessiert. Finde ich eigentlich okay, den Preis. Gehe ich jetzt trotzdem ins Gym mit der alten Tasche, weil ich die jetzt schon gepackt habe. Genau, heute ist Pull, ganzen Oberkörper. Ich muss mal schauen. Auf jeden Fall mache ich Rücken und Schultern, glaube ich. Also nicht komplett Pull, sondern so eine Mischung, weil ich morgen Legs trainieren will und Sonntag bin ich zum Beispiel auch den ganzen Tag weg. Deswegen habe ich da auch keine Zeit. Das ist auf jeden Fall mein Outfit Air Force. Dann habe ich die Timeless Grunge Shorts von Teveo an und den Timeless Grunge BH in Khaki. Wir machen uns gerade Wraps mit Hähnchenschnitzel. Also das ist schon mein fertiger Wrap. Da ist schon ein Hähnchen drin. Soßen, einmal die Burgersauce und einmal Ketchup. Wie stehen die hier für? Der sieht scheiße aus. Ja, der ist ein bisschen eingebrannt. Und das esse ich später wahrscheinlich noch. So, das Essen war sehr lecker. Ich habe mich jetzt hier ins Schlafzimmer gelegt. Ich muss gleich auch noch safe duschen. Ich muss mich noch abschminken und so. Aber das mache ich gleich. Ich habe nicht so doll geschwitzt heute, obwohl es richtig heiß draußen ist. Ja, ich habe heute Rücken trainiert, also Pull. Aber halt mit Schultern zusammen. Also habe ich ja schon vorhin gesagt, eine Mischung aus Push und Pull war heute eigentlich ganz gut. Wir sind jetzt 17 Uhr genau. Ich werde mich jetzt nochmal an das Video hier begeben und das fertig schneiden. Denn dann werde ich den Vlog heute beenden. Und dann demnächst wieder einen neuen Vlog starten. Und ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.